Leiner. Oh, da ist die Chance und die Führung für Borussia Mönchengladbach. Das kannst du nicht besser malen. Achte Minute. Benzebaini. Und Stindl. Ich erzähle es gleich weiter. Das ist Tyson. Keine Gefahr für Jan Sommer. Er hat dann gesagt, das könnte alles... Kramer, rechts ist Leiner. Abgefälscht Tor. 0 zu 2. 17. Minute. Ein vorzügliches Spiel des Bundesligas. Zweikampfstark. Blick nach vorne. Nahezu ohne Fehler. 26. Minute. Kurz ein Schmunzeln bei Patrick Herrmann. Erlebt. Nicht zurückfallen. Aktiv bleiben. Aktiv bleiben. Und das war jetzt das erste Mal, dass Donalds überhaupt im 16er, der Gladbacher den Ball probiert hat. Und dann gleich mit einer so hochkarätigen Möglichkeit. Das war eng, glaube ich, von Stindl. Den halten keiner abseits. Guter Schnittstellen. In der Europa League. Im Halbfinale gab es ein 0-5 gegen Inter. Aber auf fremdem Terrain. Hier, Hofmanns Ecke. Benzemaini zum ersten, zum zweiten. Energiegeladen. Mit Stindl. Hofmann. Da Plea liegt. 65. Minute. Ein völlig gebrauchter Tag. Trubin. Um Himmels Willen. Hofmann dazwischen. Plea sofort. Klären willst und ins eigene Tor reinballerst. Hier ist der Ecke. Hofmann. Zürich vorbei. Wir ziehen mal gleich die Linie. Beziehungsweise der Video Assistant Referee wird das tun. Herr van Böckel. Und der wird vielleicht sogar entscheiden. Das halbe Dutzend ist voll. Und der wird vom Bis zum nächsten Mal.